Noch ein paar Eindrücke aus Utrecht. Das finde ich immer ganz interessant in den Niederlanden. Die Wasserwege zwischen den Häusern. Und hier ist auch ein solcher. Ja und dann eben ein kleiner Steg, mit dem ich mich gerade befinde. Ja, und hier geht der Wasserweg weiter. Und aufgefallen ist mir vor allen Dingen hier diese schöne Mühle. Wenn ich mal eben kurz in der Draufsicht film. Vor allen Dingen ist sie noch aktiv. Ja und jetzt gucke ich mal, was da zusammen ist. Und dann geht's weiter.